So Leute, guten Tag, jetzt zum neuen Overwatch-Video. Heute machen wir eigentlich noch nicht so viel, und zwar spielen wir heute ein paar Games für das neue Sombra-Event, das war in den Seiten schon so viel getan. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an an. Ich wollte mir den Sombra-Skin eigentlich schon beim ersten Mal holen, aber davon braucht man halt dieses Blizzard-Tippe. Das sieht doch fast aus wie so ein Dorito-Sorte. Das sieht einfach hammer aus, wie diese Mundmaske hier und so, und sieht auch endlich mal mehr an als da. Da ist es dicker, da hat sie mehr Rüstung als da. Das kriegt bestimmt so 30 Rüstungmittel dazu, wenn ihr das anzieht. Aber ich bin mir auch ganz sicher. Ja ey, wir haben 3 Snipern. Na ja, mal schauen wie es funktioniert. Ah, was ist das? Oh sequels. Als ob der Zinn, ja... Gibt's nicht. Von allem was sind die, der Dürgen-Zinn. Und im Niemsten was sie sind, da findet ihr nicht der Zinn. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Das kann ich fassen Vorhin der Sponsor direkt die Krone, dann habe ich sie gesehen Ähnliches Ich bin dann zurück zwischen dem Reaper und mir Wenn die mir auch immer alle solo holten müssten Shit Das kann doch nicht sein, die haben mit eigenem Armee überlebt Das kann doch nicht sein, die haben mit eigenem Armee überlebt Und dann Die Krone 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 Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist die Ashen. Hinter euch, hinter euch. Oh, boah. Okay, das sind wir noch. Ja, natürlich. Dann ist es die Ashen. Rein, 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 rein. Ich muss einfach zwei Sekunden. Das war das Überlebere. Danke, mate. Ich war... Alter, ich hätte es gleich geschlagen, jetzt ist das nochmal gelaufen. Oh mein Gott, 98 Prozent. Ich krieg's gleich in Ordnung. Wuh. Oh. Komm nicht, um Hitze machen. Ja, was ist eigentlich auch schon cool. Müssten wir eigentlich da... ...like den Smash Button. Also irgendwie nicht. Keine Ahnung. Was immer. Zum nächsten Mal. Schaut auf den Oral Tour Cup. Keine Ahnung. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen passen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.